Über einen Laser kommt über ein Lichtleiterkabel ein Lichtstrahl in meine Optik, die fokussiert das zu einem Strahl und damit schweißt man dann. Das Laserschweißen bietet punktgenaue Schweißen ohne Verzug, aufs 100. genau, weil die Nacharbeitszeit für die meisten Firmen ist natürlich Produzierkosten für die ziemlich hoch. Und desto genauer wir arbeiten, desto weniger müssen die anderen machen. Es können alle metallischen Werkstoffe verschweißt werden, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing. Laserschweißen ist in fast allen Bereichen, die mit Metall zu tun haben, einsetzbar, so wie Lebensmittelindustrie, Medizinprodukte, Automobilindustrie und vieles mehr. Es können ab 5 mm bis zu einer Euro-Palette großen Werkzeuge bearbeitet werden. Als Alternative bieten wir das WIG-Schweißen an für Edelstahl und Aluminium. Die Kunden kommen aus der Automobilindustrie, Werkzeug- und Formenbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Chemieindustrie, also breit gefächerte Spektrum. Das Besondere ist, es ist eine echte Alternative zu kleben, löten oder alternativen Schweißverfahren wie WIG-Schweißen, MIG-Max-Schweißverfahren, wo eben große Wärmeinwirkungen die Fehlerursache wären. Das Besondere ist, es ist eine echte Alternative zu kleben, löten oder alternativen Schweißverfahren wie WIG-Schweißen, MIG-Schweißen, 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 MIG-Schweißen. MIG-Schweißen, 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 MIG-Schwe